dann würde ich mal sagen ich baue die straße kann ich auch schon ausbauen also ich verstehe das irgendwie immer noch nicht wie das mit den arbeitern und so ist also eigentlich arbeitet die mittlere einkommensschicht ja nur in mitteltech betrieben ja sicher nicht ja macht so anscheinend nicht also ich weiß es auch nicht irgendwie habe ich immer nicht besetzt ich weiß auch nicht wie ich das kriegen soll ich kann leute bauen so viel ich will ich habe hier ich habe hier eins zwei drei vier fünf ich habe hier ein paar betriebe stehen ich habe zwei kästchen mit industriegebiet und ich habe immer zu wenig arbeiter weil immer weil die die dinge erhöhen erhöhen die dichte und deswegen können da mehr arbeiter arbeiten und deswegen komme ich nicht nach also überlappung der straße ist nämlich jetzt so reicht das 1 2 3 4 5 hier kann die rasse weg dann wird hier wieder ausgesetzt so und kann die straße auch abgegrätet werden natürlich natürlich dann auch hier rüber so soll sich mal noch ein bisschen industrie ansiedeln wir kann ich gleich das hier machen so niedrige grundstückspreise jawohl das war ja auch gewollt deswegen können wir die das kostet auch viel mehr 104 simoleons kostet das wenn ich die straße abgräte und nur viel kostet wenn ich sie baue nee warte mal doch das ist ja nur ein kästchen zu upgraden ist teurer als neu bauen oder ja naja ist ja logisch mangel an arbeitern mein ja das ist eine neue jetzt kommt mal klar es sind sich hier eigentlich keine leute mehr an was ist denn hier so hier ist glaube ich irgendwie ein fehler oder das soll so sein ah ne das soll so sein ok hm also hier siedeln sich irgendwie keine leute mehr an warum auch immer ah jetzt oh ich muss das haus hier oh das haus muss weg wir stellen ein für heute geschlossen ich muss das hier abreißen super unser geschäft braucht mehr touristen wir sind böse weil wir keine arbeitern wir haben zu wenig kunden ja toll wie soll ich das jetzt machen keine ahnung zu wenig kunden was labern die denn oh 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 nicht verkaufte güter 106 das geht aber dann das gibt es doch nicht ich mache jetzt erstmal nur das also das haus muss sowieso weg so 1 2 3 4 5 passt jetzt gerade haben gestern unterrichtete sims 333 und wie viel brauchen wir 800 ne ja das kann ja noch lange dauern ach ne allgemeine hochschule kann ich bauen abbrecher ne 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 die klinik die stadt alles abdecken gut dann lasse ich das hier erstmal so dann muss ich die klinik dann nochmal umsetzen ne die stadt die schule tut nicht alles abdecken das heißt wir bauen hier mal noch eine bus haltestelle und hier bauen wir eine bus haltestelle hier hinten ist das gewerbegebiet im gewerbegebiet muss man ja keine bus haltestelle bauen für die schule ne 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 wäre ja sinnlos dann bauen wir da noch einen hin so dann müsste jetzt alles abgedeckt sein da vielleicht noch so man ich muss hier alle nochmal abreißen das ist ein scheiß ich muss hier so umbauen ey ich habe noch genug weißt du das mache ich jetzt einfach so dann hauen wir hier noch ein paar bus haltestelle hin den muss ich umbauen oder weißt du ich baue jetzt erstmal ein wasserkraftwerk oder weißt du ich baue jetzt erstmal ein wasserkraftwerk wasserkraftwerk das ist auch gar nicht pumpstation dann halt ja ja ich komme noch mit dem funkturm wollte ich jetzt sagen mit dem wasserturm klar ich baue jetzt auch noch erstmal einen ja eine riesen Block Party wollen wir machen ja dann mach halt ich kann die eigentlich auch hier hinstellen ja das geht auch können wir ja bei der Ding bei der Müllabfuhr noch ein paar Müllweigen hinbauen nein würde ich nicht ich will nichts mehr über das erfahren ich will mir sowieso ein kleines Müllproblem deswegen hauen wir mal zwei stück hin und dann passt das au 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 Mangel an Arbeitern ja wie denn Mangel an Arbeitern ja ich kann doch nichts machen Nachfrage an niedrigen Wohngebieten ist wieder da na gut dann hauen wir hier halt welche hin ob das jetzt so gut war ich weiß es nicht aber ich habe jetzt so da könnten wir eigentlich auch welche hinhauen doch ich mach mal Pause ich habe nämlich glaube ich jetzt gerade ne die Polizeifahrer steht noch die Feuerwehr steht aber nicht mehr da schade egal wo steht ein Spieler noch hin ähm weil hier haben wir ja hier haben wir die Klinik wir bräuchten wo haben wir denn brauchen wir noch eine Klinik ne die Klinik ist gut grad trotzdem mal schnell auf die auf die Karte gucken nö alles okay wir haben da muss die Straße hin Gesundheitswiesen null Tote pro Tag das ist sehr gut das ist sehr gut Strahlungskarte Strahlung haben wir nicht gibt es nicht sowas ach es geht nur dahin Bodenverschmutzung Luftverschmutzung haben wir nicht also eigentlich sind unsere Leute sehr gesund wow was wandert jetzt wieder für den Lack also manchmal hat es einen kleinen Hänger drin ich weiß auch nicht woher das kommt aber dann sind hey das ist schon scheiß ich glaube ich mache nur eine Straße außen rum und tue in der Mitte einfach hm das sind 1,2,3 Kästchen oh jetzt haben wir ein Müllproblem und einen fünften Kasten und dann mache ich erst einen Strich genau so machen wir das eh eine Verletzung ist über den Müll gestolpert oder was aua es hat weh getan drei Honigwarmen verloren ja das ist gut dass es hier so viel Müll gibt dann schaffen wir wenigstens die Herausforderung welche 250 Mülltonnen wir haben noch 19 Stunden und ich habe es schon geschafft ja das hat der Rat gegeben in der Kasse aber ich frage mich wo der Typ 25.000 Simoleons her hat wirst du nicht wissen na die hat er einfach hat er sich aus dem Arsch gezaubert dann kommt das und dann haben wir das auch ja ich weiß Rathaus dass wir ein Müllproblem haben guck mal hier ist alles unterwegs hier jeder tut alles wegschmeißen jeder tut alles abholen das wird doch das wird doch schon langsam wieder jetzt mal keinen Stress hier auch jetzt nö ne du wirst mich jetzt verarschen oder? warte mal ich muss das jetzt da hin bauen das geht sogar ne hab ich eigentlich noch Müllwagen bei dir weiß ich nicht ja so wie es aussieht schon brauchst du noch welche oder? eigentlich nicht so dann zieh ich die wieder ab man die Straße ist scheiße also bei mir sind die trotzdem noch rumgefahren die anderen jetzt hab ich wieder meine zwei machen wir es so weißt du oh scheiße ey wieder zurück wieder zurück wie sieht die Müllhalde aus oh die fühlt sich langsam die Müllhalde die füllt sich langsam die Müllhalde das heißt wir brauchen langsam mal eine Müllverbrennung ja wie sieht es bei mir aus eins waren sie schon 70 das kann aber nur lassen 73 ich hab jetzt einfach mal eine Müllverbrennung hingebaut ist doch scheißegal komm das sieht jetzt hier zwar blöd aus aber anders kann ich es nicht machen ist doch Wurst verbrennen sie den Müll einfach und ich spiel grad noch auf Pause weil ich äh wie sieht es denn hier aus vergessen sie dabei die Luftverschmutzung ja Luftverschmutzung gibt es doch nicht vergesse ich auch ist ja auch so ein heikles Thema mit dem Müll ne wenn ihr muss ich immer wieder mal so über die Realität nachdenken mittlerweile wird ja schon viel recycelt und alles aber trotzdem was hier lebt es sich nicht grad gesund habt ihr gesoffen hä ist das jetzt grad oder nicht haben die gesoffen Alter die haben gesoffen bis zum geht nicht mehr deswegen leben die nicht gesund was ist mit denen kaputt ist die Klinik überfordert oder willst du mich jetzt verarschen warum geht das nicht was nur weil da ein Haus steht was was ufo was nö jetzt kommt ein ufo was will denn ein ufo jetzt hau ab geh weg wieso geht denn das nicht auch das liegt nur da drüben rum das macht gar nichts bei mir ja dann ja was willst du hä hau ab hä äh die kleinen grünen Männchen aaa Panik 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 ähm das Spiel das Spiel wollen mich grad verarschen irgendwie 1 2 3 4 5 passt ähm ne die Straße nicht ein bürger wird vermisst nur ein einziger sehr wenig sag bloß die feuerwehr ist jetzt hat alles feuer in der stadt haben jetzt meine stadt angezündet die brandstifter ein feuer ein einziges feuer hat feuer in der stadt und sofort die feuerwehr da was wollen sie denn hallo bürgermeister meine freunde und ich würden gerne eine feuerwerkshow für alle organisieren wie die sicherheit äh es mag zum einen oder anderen brand kommen aber keine sorge später die 50.000 sind es mir nicht wer das dann die ganze stadt abfackelt das können da knicken leute dann können wir mal weitermachen so wie sieht es mit strom aus wir haben stromio stromio ist gut ok was brauchen wir denn noch ah ist ok ich brauche ja grad wieder neu mangel an arbeitern leckt mich am feierabend strom strom zu wenig strom habe ich genug Wasser auch ich habe alles genug so ist alles noch im total grünen bereich aber so langsam aber sicher ui mittlere dichte hier sieht zwar jetzt blöd aus aber egal kann ich nichts ändern warum lebt sich's hier nicht gesund was wollen die von mir ach so stimmt ich wollte mich um die klinik kümmern ach die feuerwehr muss ich ja wieder hinstellen oh oh die ist mir ja abgerissen worden hier kann ich eigentlich noch was anbauen da da kommt die hin mitten auf der straße steht jetzt ein stein ist ohne unterricht am sind die olle ohne unterricht jetzt wir haben noch eine schule bei mir sind 802 von 802 nicht im unterricht oder gehe die mittlere stufe nur in die hochschule nö habe ich jetzt nicht gesehen wäre jetzt sinnlos weil es hat nichts mit der einkommensstufe zu tun ach das gymnasium da brauchen wir jetzt eine bildungsabteilung aber die hochschule die können wir uns mal gönnen das bildungsniveau geht auch langsam hoch da hinten die komplette straße muss ich sowieso nochmal abreißen dann später ok ich würde sagen wir klatschen die hochschule einfach mal direkt hier hin weil hier ist eigentlich nichts ich weiß nicht dass ich hier noch was baut sollte komm wir klatschen die einfach mal dahin jetzt genau da wollte ich mich jetzt eigentlich diese hinbauen so jetzt level nämlich wieder sämtliche gesichter hoch und wir bekommen dann auch mittel tag ja bei euch gibt es keine arbeiter das problem haben wir aber machten da gerade meine straße hier gibt es ja nicht muss ich jetzt hier auch noch abreißen hier das haben wir ja bei euch das haben wir doch bei euch das geduld euch noch bringen macht die straße denn da für einen scheiß ach der deich ist im arsch na also was hat der jetzt gemacht ich hab mir doch gar nicht getrunken ich hab mich jetzt verarscht ich wollte da eine straße die ich nicht will ich mache es mal pause weißt du es nervt willst du ja kochen ich sehe keine ich sehe ich sehe ich sehe